Danke für die Nominierung, Alkadek. Wie Telekinese und Telepathie, Hologramme mit Kackverschwörungstheorien. Die ganzen Penner wollten, dass ich mitziehe, Gugux, sie, Gugux gebliebe. Sie feiern Disco-Buddies auf der Balkonie, während Leute verrecken aufgrund der Pandemie. Versteckte Gedanken angeblicher Demokratie, Fassaden mit paradoxen Philosophien. Die ganzen Lämmer, die ganzen Blender, zeigen wieder Sprüche, wieder als Xavier. Die ganzen Lämmer, die ganzen Blender, im 20er Thema sind Fehler, keine Fehler. I know you are a little bit uncertain, but I hope you will understand me. Hashtag Hot16, 16 auf Deutsch, wie Popolzku. No kurwa, ich so sie w ogóle stało, bo papieru do dupen Maskup zostało. Strach na ulicach, za własnym domem, każde wrzuca rękawiczki na ogień. Czarne chmury, ale deszczu nie pada, świat umiera, z trupów robi bohatera. Też może być druga fala i mnie nie ma, teraz jest czas, żeby spełnić swoje życzenia. Nominacja szesnazdka dla mojego Brata. Nominacja szesnazdka 72 dla mojego Brata Pavlund. Dla mojego Brata Pavlund. Und für die weitere Nominierung übernehme ich es für euch und nominiere lieber mich selbst. Tut lieber, was ihr besser könnt, als Pavlund ich spendet. Nichts ist genauso, wie es einmal war. Auch in dieser Challenge versuchen sich Rapper. Plötzlich nominiert, durch Hoffnung irritiert. Bugux, ksi, gugux gebliebe. Desinfektionsmittel, faltige Hände, war ein 90er Statement für die Wände. Die gespielte Mimik, alles infiltriert, infiziert, durch mich zubiert. Die ganzen Lämmer, die ganzen Blender, zeigen Wiedersprüche wie der Asik Sevilla. Die ganzen Lämmer, die ganzen Blender, spendet zwei Meter, denn ihr kommt nicht näher. Hashtag Rot-16 Hashtag Rot-16 Hashtag Rot-16 Hashtag Rot-16 Hashtag Rot-16